Hallo, guten Tag Mein Name ist Hasi Ich bin 18 Jahre alt Ich komme aus Vietnam, aber jetzt wohne ich in Berlin, Deutschland Beruflich bin ich Köchin Ich spreche Vietnamesisch und ein bisschen Deutsch Meine Hobbys sind Lesen, Musik hören, Sport treiben Ich bin 18 Jahre alt Ich bin 18 Jahre alt Ich bin 18 Jahre alt